Next Time Auch wenn die Autos hier riechen manchmal, was fürchterlich ist, vor allem wenn ein Transporter vor einem rum hängt, äh, da hatte ich ein ganz öfteres Vergnügen gehabt. Da reicht auch nur noch der Weg hier rauf, um wirklich richtig zu beschleunigen, um überholen zu können. Aber jetzt treffen wir auf die Linie 23, die von hier links auf die Straße einbiegt. Nächste Haltestelle, Amazonstraße. Ja, die Amazonstraße ist eine schöne Straße, denn da ist direkt Amazon, bzw. das Lager, mehr oder weniger. Also, äh, nein, nicht hier, sondern muss das Gebäude da hinten sein. Ja, hier ist Amazon. Sieht man ja auch. Klar und deutlich. Hallo. Hallo. So. Ja, hier raus. War ja klar, dass einer kommt. Nächste Haltestelle, Fachmarktzentrum. Okay. Da hätte sich in andere Haltestellen aber besser gemacht, als Fachmarktzentrum. Wobei, da sind schon viele Fachmerkte aber, naja. Na, bist du grün? Oder auch nicht. Dann lass uns halt. Jetzt hätte ich wie auch früher entscheiden können, du. Blöde Ampel. Wenn ich mir da stehen bleiben erspart. Ja. 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 Nächste Haltestelle, Johansenstraße. Ach ja. Der Name geht mir jetzt einigermaßen. Aber die Ampel gehen so gar nicht gerade. Ich würde jetzt was für Musik einbauen, aber... Nee. Lass es mal das machen. Muss ja nicht sein. Die Verspätung... Äh, Verstetung. Die Verspätung werden wir auch wohl nicht mehr loswerden. Der Besteerenofenmarkt ist es ja nicht mehr so weit. Da müsste ich schon ordentlich gleich hier auf die Tube drücken. Und darauf verzichte ich. Und darauf verzichte ich. So, hier müssen wir jetzt einfach rüber ziehen. Weil gleich eine fiese Stelle kommt. Tief hängende Eisenbahnbrücke und so. Was ich sehr schön finde, ist etwas Abwechslung. Man darf nur nicht träumen. Sonst können wir nicht sagen, dass das Dachwerk ist. Oder eine Delle drin ist. Nächste Haltestelle, Marktscheider Straße. Ja. Das ist richtig. 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 Ich würde mir jetzt mal eine Welle geben. Es wäre wirklich nicht mal schön fürs Display. Zumindest mal für... ...eine Wochen mal. nur in der renner einige fragen werden Guten Abend. Guten Abend. Wow, die können ja doch noch gute Abends sagen hier. Nächste Haltestelle, Derenhofenmarkt. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Der Pferd, der erläutert, ist ja unglaublich. Super. Das ist ja sehr schön jetzt. Direkt vor der Endhaltestelle. Klasse. Machen wir es mal gerieft. Wollte man eigentlich nicht machen, aber... Müssen wir jetzt nicht hier auf die Gegend-Spur fahren. Was da wohl mit Unfallfrei fahren? Oh ja. Einmal nicht aufgepasst. Und schon, zack, hängt man im Heck. Alles anderen. Aber das ist ja jetzt... Egal. Denn, wir sind an der Endhaltestelle. Oder um sie. Ja, denn wir sind... Okay. Denn wir sind ja jetzt an der Endhaltestelle angekommen. Ich wünsche euch dann auch einen schönen Tag. Schöne Woche. Schöne Restwoche. Und ich hoffe, es ist nicht ganz so warm in dieser Woche, wo das Video erscheint. Also... Büssi.